Das ist unser Ziel. Da ist der Bergkrug. Wir werden hochfahren und dann kommen wir rüber. Die Straße geht auch schon wieder steil. Das ist normal. Das ist ein gutes Auto. Du schaffst das schon immer. Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wollt ihr ein bisschen anhalten, ein Foto? Nein, Herr, das ist in Ordnung.